Martin, Handball-WM 2019. Ich glaube, es gab kaum einen Moment im deutschen Handball, der so von Hochs und Tiefs geprägt war. Zunächst einmal unglaubliche Freude in Handball-Deutschland und vor allem natürlich auch in Handball-Balingen, dass zwei ehemalige und ein aktueller Spieler bei der Handball-Weltmeisterschaft mitspielen und nicht nur mitspielen, sondern eine wichtige, tragende Rolle spielen und das so gut ausfüllen. Und alle waren total begeistert, bis dann dieser eine Moment kam im Spiel gegen Kroatien und Handball-Balingen zumindest den Atem angehalten hat. Ich will nicht zu lange in der Wunde rumwühlen, aber kannst du noch mal ganz kurz beschreiben, was ist da passiert und wie hast du dich dabei gefühlt? Was ging dir so durch den Kopf? Das war halt anfangs vom Spiel und ich will in eine 1 gegen 1 Bewegung gehen, gegen einen Gegenspieler, wo man dann bei einem Abdruck nach links, wo ich mich wegdrücken will, einfach der Fuß stehen bleibt und das Knie verdreht. Ich habe es nicht mehr genau so im Kopf, habe es mir auch noch nicht mehr angeschaut, aber in der Aktion wusste ich eigentlich schon, dass es passiert, ja. Also es war dir sofort klar, die WM ist vorbei für mich? Ja, also ich kenne meinen Körper ziemlich gut und in der Bewegung habe ich schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmen kann. Und das war dann auch in der Reaktion, wenn ich mal vom Feld runtergetragen werden muss, dann bedeutet das eigentlich schon immer recht viel. Und deswegen war das mir dort schon bewusst, ja. Was bedeutet das jetzt eigentlich zunächst mal für dich persönlich? Also ich hatte so das Gefühl, da zerbricht irgendwie ein Traum. Das war mein Gefühl, aber wie ist das für dich? Steckst du das weg und sagst, okay, ich habe noch andere schöne Momente und ich komme vielleicht wieder zu einer WM? Oder war das wirklich, ist das wirklich so eine Sache, wo du sagst, das ist einmalig im Leben und das wird so nicht mehr kommen? Ich sage mal so, ich habe relativ lange in meinem Traum gelebt und ein Baustein von dem Ganzen war jetzt auch die WM. Dass es natürlich so mit einer Verletzung endet, wünscht man keinem, aber es gehört leider dazu in unserer Sportart oder im Sport allgemein. Und man muss das in der Hinsicht akzeptieren und kann das Ganze auch nicht mehr zurückdrehen. Das ist jetzt geschehen, jetzt muss ich nach vorne blicken und alle Aufmerksamkeit, Energie, die ich habe, natürlich erstmal in den Heilungsverlauf investieren. Aber trotzdem werde ich auch versuchen, alles Mögliche daran zu setzen, jetzt nicht aktiv auf dem Spielfeld, aber die Mannschaft jetzt hier vor Ort auf jeden Fall so zu unterstützen, dass wir weiterhin erfolgreich Handball spielen. Und da gehört auch viel dazu, dass man mental auf alles vorbereitet ist, was in der Rückrunde noch passiert. Und in der Hinsicht würde ich die Mannschaft auf jeden Fall unterstützen. Ich kann mir vorstellen, wo wir gerade beim HBW jetzt wieder sind, ich kann mir vorstellen, dass auch dein Bruder in dem Moment, als du da umgeknickt bist, irgendwie aus allen Wolken gefallen ist, weil du natürlich auch beim HBW eine wichtige Rolle spielst, die jetzt fehlt. Und eine Handball-WM, die ist mal vorbei und alle können sich auskurieren, aber in der Mannschaft selber, beim HBW bei dir, da fehlst du natürlich. Ich habe von vielen gehört, oh, jetzt hätten sie doch aufsteigen können und jetzt wird das gefährdet und so. Wie siehst du das? Wie siehst du deine Rolle? Ist die so wichtig, dass sie einen Aufstieg gefährden kann oder schafft die Mannschaft das auch ohne dich ganz locker? Also ich sage mal so, jeder Spieler hat seine Rolle und ich hatte bestimmt, ja klar, vielleicht auch eine wichtige Rolle. Die habe ich auch gerne immer angenommen, Verantwortung zu übernehmen in manchen Phasen. Aber trotzdem glaube ich, dass wir dieses Jahr oder vor allem in der Vorrunde sehr viel über unsere Teamkraft kamen, über den Teamgeist, Mannschaftsleistungen, wo sich alle in vielen Situationen eingebracht haben. Und deshalb haben wir, die komplette Mannschaft, aber auch, glaube ich, der ganze Verein, sehr viel Vertrauen in die Mannschaft. Und ich vor allem habe sehr viel Vertrauen in die Mannschaft, in die einzelnen Spieler. Jeder ist wichtig, jeder wird seinen Teil dazu beitragen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt muss man erst recht für ihn das Ganze machen, sondern das war das, was wir die Vorrunde gezeigt haben, war, wie wir sind, wie wir agieren, was wir auch uns vorgenommen haben. Und so soll es auch weitergehen. Und darum bin ich davon überzeugt, dass die Mannschaft da genau den Weg weitergehen wird. Jetzt hast du in der WM einen ganz anderen Trainer kennengelernt, nämlich Christian Prokop. Und jetzt hier mit Jens Bürkle ist das ein anderes Arbeiten. Kannst du mal sagen, wenn du die vergleichen solltest, was machen die anders? Ja, also im Prinzip hat jeder Trainer so seine eigenen Vorstellungen, wie was zu funktionieren hat. Und trotzdem, man kann auch schon sagen, dass sie sich in manchen Phasen vielleicht auch ein bisschen ähneln, was die Akribik angeht, ein Spiel vorzubereiten oder die Details im taktischen Konzept, da sind sie sich schon sehr ähnlich. Ich habe Christian jetzt auch nur so kennengelernt über die Zeit, klar, über die, jetzt WM war ein bisschen länger, aber auch im Vorfeld bei den Lehrgängen. Das kann man relativ schlecht mit einem Tagesablauf jetzt hier vergleichen. Also was mir besonders aufgefallen ist bei der WM jetzt, da hatte jeder Spieler so seine ganz festgelegte Position. Ich glaube, außer Uwe Gensheimer hat niemand einen sieben Meter geworfen. Also jedenfalls kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Und auch die Positionen waren einfach ganz klar festgelegt, völlig fixiert schon fast. Ist dieser Spezialistenhandball, wie es mir vorkam, ist das die Art, wie man Handball spielen muss heute, um auf diesem Level erfolgreich zu sein? Oder ist das was, was man sich halt in so einer Nationalmannschaft leisten kann, aber beim HBW vielleicht nicht? Meiner Ansicht nach geht es nicht so Richtung Spezialisten, sondern jeder sollte seine Rolle kennen. Und da ist die Rollenverteilung und die Aufgaben, wer welche Stärken wann wo einbringt, entscheidend. Und ich glaube, das haben wir sehr gut umgesetzt in vielen Teilen des Turniers und in manchen Spielen, dass da natürlich dann Individualisten oder Spezialisten für bestimmte Sachen gibt. Das ist auch gut so. Aber ich glaube, der Punkt über die Rolle, die ist ganz wichtig, was auch für uns hier beim HBW zählt. Jeder weiß um seine Aufgabe, welche Stärken er in das Team einbringen kann. Und wenn einem das im Vorfeld schon bewusst ist und man damit umgehen kann, dann kann man sich, glaube ich, meiner Meinung nach richtig entfalten. Und somit kann dann eine richtig gute Teamleistung zustande kommen. Martin, nochmal zu dir. Wie sieht dein Tagesablauf gerade aus? Ja, der ist noch relativ unspektakulär. Also da ich noch ein paar Wochen mit Krücken unterwegs bin, ist es gut, dass man gewisse Hilfestellungen bekommt. Sei es von der Familie oder von vielen Leuten. Ja, dann ist Physiotherapie angesagt am Tag, wo man allerdings auch noch nicht ganz so viel machen kann. Ich habe zu Hause noch eine Bewegungsschiene, wo ich dann das Knie immer durchbewegen kann. Und deswegen wechsle ich so die Position im Stundentakt so ein bisschen, um auch ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Wie sind denn die Aussichten? Was sagt der Arzt? Wann bist du wieder einsatzfähig? Gibt es da Prognosen? Ja, Prognose ist eigentlich, dass du nach so einer Verletzung mindestens sechs Monate brauchst, bis du wieder richtig fit bist. Laut der Schwere der Verletzung eher zwischen sechs und acht Monaten, wahrscheinlich eher Richtung acht Monate. Aber das muss man abwarten, wie der gesamte Heilungsverlauf ist, wie die Reha verläuft, der gesamte Prozess, das kann man jetzt schwer beurteilen. Aber klar, Ziel ist dann da irgendwo in dem Zeitraum auch wieder fit zu werden. Man will ja auch kein Risiko eingehen, dass dann gleich wieder eine Folgeverletzung irgendwie stattfindet. Ja, es muss alles passen und genug Vorbereitungszeit sein und der Körper muss hundertprozentig fit sein. Und ich muss sagen, jetzt ist es soweit, dann geht es los. Alles klar, Martin, vielen Dank für das Gespräch, dass du dich auf Krücken hierher begeben hast. Und wir wünschen dir alles Gute. Danke. Und hoffentlich bald mal wieder auf der Platte. Dauert noch ein bisschen.